Ja, liebe Shelia, du hast mich ja die letzten sechs Monate als Coach begleitet und wir sind zusammen geflogen, kann man sagen, im Rahmen deines Fly-Coaching-Pakets. Und jetzt möchte ich dir total gerne in diesem kleinen Video eine Referenz dazu geben und damit vielleicht auch anderen zeigen, was diese Zeit mit dir für mich persönlich möglich gemacht hat. Denn das war eine ganze Menge. Wir haben ja gestartet mit diesem Intensive Day und da hatte ich so das Thema meine Pakete und Preise. Und da mit dir gemeinsam drauf zu schauen und die dann eben neu zu schnüren. Und ich muss sagen, das allein war schon für mich der absolute Game Changer, muss ich fast sagen. Ich hatte ja, ja, ich hatte auch vorher schon immer Pakete und ich hatte auch so eine Preisstruktur dazu. Wusste aber auch, dass das Ganze absolut nicht stimmig war oder zumindest, dass es nicht mehr stimmig war. Also seit ein, zwei Jahren war ich ziemlich sicher, dass ich mich eben auch weiterentwickelt hatte und dass eigentlich meine Leistung da nicht mehr drin abgebildet ist. Also mir war klar, dass dieser Schritt ganz, ganz wichtig für mich ist. Aber es ist mir einfach allein überhaupt nicht gelungen, das wirklich umzusetzen oder das auch wirklich so auszudrücken, wie es jetzt einfach bei mir abläuft. Oder mich überhaupt da drin abzubilden, die Leistung, die ich inzwischen anbiete. Ja, und dann kamst du und du warst genau die Richtige dafür. Also für mich, weil mir ist es ja immer sehr, sehr, sehr wichtig, auch das Mindset mit dabei zu haben. Also diese wirklich stimmige, wahre Übereinstimmung von innen nach außen. Und letztendlich ist das dann eigentlich, ja, das war eigentlich mit einer der größten Shifts, seit ich mein Business überhaupt angefangen habe. Und das ist tatsächlich schon eine Weile her. Also das war wirklich ein ganz großer Step für mich. Und daraus konnte ich dann auch mein eigenes System feintunen und weiterentwickeln. Das Delicious Sofo Brand System. Und das ist jetzt im Gegensatz zu vorher, also es war ja irgendwie auch vorher schon vorhanden, aber jetzt ist es einfach ausgereift. Jetzt ist es irgendwie stimmig. Doch deine Fragen, die mich auch, ja, die mich auf gute Art und Weise gezwungen haben, das Ganze wirklich absolut klar und wasserdicht beschreiben zu können. Also erstmal für mich selber den Prozess gut beschreiben zu können. Und an der einen oder anderen Stelle auch nochmal wieder was umzuschmeißen und nochmal ganz neu zu denken. Und da hast du mir einfach wirklich auf eine nächste Stufe verholfen. Das war ein echter, echter Shift. Und das hätte ich allein, das weiß ich, für mich einfach nicht leisten können. Also absolut nicht. Also es ist wirklich so. Also wir brauchen da, auch wenn wir nicht oder auch wenn wir nach außen hin vielleicht schon so einen gewissen, ich sag jetzt mal Expertenstatus vielleicht haben. Und so in gewisser Weise in unserer Nische auch schon vielleicht ganz gut positioniert sind. Also wir brauchen diesen wahnsinnig wichtigen Spiegel, der du ja wirklich so großartig für mich warst. Das kann man einfach nicht für sich selber sein. Das geht nicht. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und mein System, mit dem ich eben arbeite, das ist jetzt wirklich rund und stimmig und wahr. Und damit ist es auch belastbar. Und es ist wirksam. Und damit kann ich auch wirklich diese tollen Frauen, die tollen Unternehmerinnen, die ich ja mit Delicious Design so durch den Branding-Prozess begleite, dadurch kann ich wirklich was bewirken. Und das passt jetzt halt zu 100 Prozent zu mir. Also zu der Art, wie ich arbeite. Und dann natürlich auch zu den Frauen, mit denen ich arbeite. Und ich bin da echt so happy drüber und auch wirklich dankbar. Also ja, wie gesagt, allein das hat für mich eigentlich schon alles verändert. Weil ich habe ja meiner Arbeit gegenüber ganz anders gefühlt. Also ich habe mich viel sicherer gefühlt, weil das Soulful Brand System jetzt eben absolut meins ist. Weil du mich so darin bestärkt hast, wirklich meinen Ansatz darin abzubilden. Und eben nicht immer wieder doch ein bisschen drauf zu schielen, was müsste da noch rein oder warum machen das andere vielleicht ganz anders. Und was fehlt vielleicht bei mir oder was ist vielleicht bei mir in meinem System verkehrt. Nichts ist da drin verkehrt. Und da hast du mich extrem drin unterstützt. Und seitdem ist es wirklich was, was einfach, was wirklich blüht und was wirklich Frucht trägt bei meinen Kundinnen. Und ja, ich glaube, das kommt auch rüber. Ich bin von meiner Arbeit wirklich erfüllt, speziell in der letzten Zeit. Also seitdem. Meine Arbeit hat mir immer schon richtig viel Freude und viel Spaß gemacht. Aber ja, dieses Wort Erfüllung, also diese Stimmigkeit und die damit verbundene Sicherheit, die konnte sich wirklich erst jetzt so richtig entfalten. Und das wird natürlich in der Arbeit mit meinen Kundinnen absolut sichtbar. Und es ist eine Investition in dieses Fly Coaching. Und ich habe das gemacht, weil ich wirklich irgendwann an einem Punkt war, wo ich alleine nicht mehr weiter konnte und gleichzeitig, wo ich es mir schließlich endlich auch wert war. Man könnte jetzt sagen, jetzt im Nachhinein würde ich natürlich sagen, hey, hätte ich das doch schon viel, viel früher gemacht, wenn ich das gewusst hätte, wie weit mich das bringt. Aber man muss natürlich dann auch selber an dem Punkt sein, wo man sich das selber wert ist. Ich wusste einfach, das nächste Level im Business, das kann ich allein nicht erreichen. Da habe ich schon viel zu lange selber dran rumgedoktert. Aber mir ist auch klar geworden, dass meine Kundinnen mir diese Investitionen in mich wert sind. Weil ich bin ja persönlich gewachsen. Und ich bin natürlich auch als Unternehmerin gewachsen und ich bin als Coach gewachsen. Und das alles fließt natürlich eins zu eins ein in meine Arbeit. Und das jeden Tag zu spüren, das ist ein richtig schönes Gefühl. Also das ist einfach wunderschön. Ja, liebe Schellia, ich hoffe, dass der Wert einer Zusammenarbeit mit dir in diesem kleinen Video wirklich rüberkommt. Ich auf jeden Fall, ich danke dir sehr. Danke.